Ich verurteile jeden Angriffskrieg und es ist ja auch das Vokabular schon verräterisch. In jedem Krieg ist einer der Angreifer und einer der Angegriffene. So gesehen ist jeder Krieg in gewisser Weise ein Angriffskrieg. Und ich erinnere mich, ich nehme mir diesen Luxus noch heraus, als österreichischer Politiker sagen zu dürfen, ich bin Politiker eines neutralen Landes. Und die Neutralität ist dafür gebaut, die eigene Bevölkerung unter den negativen Impact, wenn man so will, von internationalen Konflikten auf die eigene Bevölkerung gering zu halten, möglichst gering zu halten. Und das, was unsere Regierung macht und die Scheinopposition gleich oben dazu, ist das gerade Gegenteil. Die lassen sich immer weiter hineinziehen und instrumentalisieren. Alle verfolgen ihre Interessen. Russland verfolgt seine Interessen, die Ukraine verfolgt ihre Interessen, die Amerikaner verfolgen ihre Interessen. Nur Österreich verfolgt nicht die eigenen Interessen und das ist verrückt.